Frau Keufle, während Ihres Reingenieurenprojektes stellte sich heraus, dass Sie ihn nur drei Monaten validieren mussten. Wie haben sich diese Herausforderung gestellt? Ja, also war natürlich anfangs ein Riesenprojekt, wo wir dachten, oh Gott, schaffen wir das überhaupt? Aber der Herr Schindler, mit dem haben wir gesprochen, der hat gesagt, meldet euch mal bei der Life Science. Die stand uns dann eben mit Rat und Tat zur Seite, vor allem der Herr Buchmann und der Herr John, und die haben mir eben vorher definierte Templates gegeben, die eben auf unsere Bedürfnisse angepasst, mit mir gemeinsam die Prozesse durchgegangen. Wir haben gemeinsam definiert, was brauchen wir, was müssen wir validieren und einfach auf unsere Prozesse eingegangen, auf unsere Wünsche und alles dann für GAM 5 vorbereitet, was ja wirklich sehr umfangreich ist, aber da habe ich echt super Glück gehabt mit den Consultants, weil die mir einfach auch wirklich geholfen haben bei den Prüfern, auf was wird da geachtet, was muss ich denen sagen, damit sie glücklich sind. Ja, also es war wirklich, wirklich super. Die haben auch mit mir die Dokumente geprüft. Wir sind dann zusammen in einem Besprechungsraum gesetzt und vor Corona und haben dann eben alles gemeinsam geprüft, haben auch mal geschaut, ist das stimmig miteinander und was halt wirklich toll war, dass die halt auch wirklich gesagt haben, rufen Sie einfach an bei mir, wir unterstützen Sie und wenn der Auditor irgendwelche Fragen hat, dann klären wir das gemeinsam. Ja, super. Dann gab es auch als Auditor, da war auch gar kein Stress mehr, weil Sie waren ja perfekt vorbereitet dann. Ja, wir wurden sogar gelobt. Vielen Dank und bis bald.